das zimmerwetter ein frischer tag ich leite eine stücke durch also die energie ist gar nicht so das problem es wird nur mit einem rutsch sogar durchkriegen aber die masse das sind knapp 900 masse nur für die updates das ist ganz schön viel energie noch mal wobei das auch nur zweimal 80 grad laufen lassen und dass eine verbraucher läuft zum beispiel das sind vier stacks holz hier habe ich mal neu gemacht dass das neu ansetzt und genau sagen wir fangen mal hiermit an scheiße wieder vergessen wieder vergessen leute jedes mal jedes mal ach man es ist zum rollen so schwupp also die ersten platin mal erstellen fünf stück krieg mal hin dann brauchen wir jeweils noch vier genau dann brauchen wir noch Masse die stellen wir gerade her und wieder energie vier stück mehr mopsen vier stück mehr mopsen aber übrigens neue nachbarn bekommen so mit L richtig gemacht natürlich nicht du schaffst das genau dann kann das ding nämlich schön laufen und währenddessen gehen wir mal baden wo genau drängen tun wir noch schnell was okay machen wir nämlich noch mal eine tauchtür los geht's los geht's so viel Zeit haben wir das 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 gleich mal neue kristalle für die mainbase mitnehmen ist ja der sinn der tauchbase gucken ist das schritte hier wieder drei stück jetzt kommen wir durch zur rohe jetzt jetzt Oh, fuck. Hey. Was das? Ist der jetzt kaputt? Rupi war es mal so. ein bisschen vorhalten muss man ganz schön vorhalten setzt euch doch mal ruhig hin doch ja 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 das gibt es doch nicht jetzt kriegt man den Pummel schon gerade her das mit Gewehrmunition wäre halt ein bisschen bitter ne ja das gibt es nicht das bewegte Ziel ist echt übel ist hier aber auch fressen auch wie ist einer ja 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 Das Spiel hat mitgehört. Es gibt einen Mumpelzion zurück. Von 40 auf 10 krasser Scheiß. Das war jetzt teuer Leute. Gott sei Dank von dem Scheiß genug. Das war's. Das war's. Das war's. Es ist echt schwer nach Fledermäusen zu schauen. Die letzte Mäule habe ich auch echt gut erkannt. Das war's. Ich hoffe das die so weit hier vorne nicht sind. Der ist aber neu, oder? Das war's. 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 Das hat lauter getrappelt. Okay. Da sind Pilze. Kohle. Kohle will ich nicht. Das ist bestimmt wieder ein zweites Trüppchen irgendwo her. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was ist das? Das ist mir alles ein wenig zu ruhig. Spiel gespeichert. Hier war es letztes Mal noch nicht lang. Da war die Jägers-Wahn. Da war auch da einer. Genau, kommt zu Power. Alter, nicht der Ernst. Davon sind die nächsten. Da war die Jägers-Wahn. 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 Da scheint noch ein Durchgang zu sein. Ach so, das ist hier einmal links rum, einmal rechts rum. Und dann mündet es zusammen. Ja, stimmt genau. So was. Aber nochmal können wir uns nicht mehr den Leuten anlegen. Können wir uns anstellen wie eben. So was war das? Das ist ganz schön. So. Hat das Vieh die Schroze überlebt. Das fand ich jetzt nicht so nett. Doch, da ist noch was. Wenn jetzt nichts gerespawnt ist, müsste es doch eigentlich alles frei sein. So. 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 , so, 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 so. So, 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 so. Hold me a little bit of cola. fünf stück gab es noch ist nicht mehr doch da hinten z ist geahnt gut so ist da laut 34 sagt man doch nicht wo ist es noch Da Na denn Klart Schön Oben ankommen Guck mal wie das flutscht Kleiner was zu naschen vor der Tür Und da haben wir noch 102 Leben Leute Hat ja ewig gedauert damit hinzukommen Gut Ein Peer Das ist brauner Das können wir ja noch machen Ich muss nur wieder ein wenig fett ranholen Ich muss nur wieder ein wenig fett ranholen Ich muss auch noch ein wenig fett mit das da, das da, das da Halt die Perle nicht bödel so, die Perle noch ihren das wieder rumdrehen so, aus dem macht man das, macht man das ne, logisch und das da hin, da hin, da hin, da hin ok, siehts hier aus, grottig grottig, ok mach mal gleich im Anschluss ne, gib oh, erdbeer zweit das da in ernst, ach, dass die immer dann loslaufen müssen, wenn man schießt gib mir Fett, gib mir Fett naja, Minium, das war ja auch nischt oh, erdbeer zweit drüber brutzeln wegpacken, ach, halt, 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 das auch na, oh, hier die Tür auf hier genau, ich wollte das da holen das nehmen wir mit das das ist also hier noch mal zwei neu und so bitte. Ok. Wie sieht es hier aus? Genau. Können wir noch mal die Dinger machen hier? Brauchen wir noch einen Schwung von allem? Äh, zack. Ach ja. Ah, wieder vergessen. Dann wieder doch. Das schaffen wir jetzt noch. Ich wollte jetzt da... Ganz da drüben Sauerfeuerle. Du hast doch hier irgendwie, oder? Ist nicht schnell weg. Du bist wirklich weg. Sind wir da auch? So, sieben davon. Sieben davon. Also, sieben davon. Sieben davon. Sieben davon. Sechs davon. Ich könnte doch mal... Höch, was wir hier tun? Du kannst, wie viel. Ich will jetzt sowas. Oder wissen, das ist manchmal. Ich kann es noch nicht. Aber ich kann es nicht. Es kann es nicht. Wir sind jetzt auch nicht. Gut, packen wir es für die Runde, das leiert durch, das kann rüber, dann machen wir noch den Kleinkram hier weg, da finden wir immer neuen Kleinkram. Gut, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.